So Leute, jetzt geht's weiter. Wir müssen jetzt gucken, dass wir das Inge jetzt noch hier durchstehen. Jetzt brecht doch schon wieder einer durch. Ey, wollt ihr mich verarschen? Okay, reicht jetzt. Packgeschütz, hierhin. Ruhe, hierhin. Hansa, hierhin. Das hier läuft. Jalkaväki on liikkeelle. Jalkaväki liikku. Ah, kann ich denn kabern? Scheiße. Panzer nähern sich aus dem Osten. Den könnte ich kabern. Der kommt hier durch. Schon mal gut zu wissen. Wir haben einen halb eingesunkenen aufgegebenen Panzer gesichtet. Benachrichtigen Sie den Rettungstrupp, damit er geborgen wird. Sehe ich jetzt auf jeden Fall, was hier los ist. Die Russen nähern sich aus dem Westen. Nicht schlimm, aber guter Job, was ihr gemacht habt. Das hat hier ganz... Schon wieder kommt einer durch. Und ich höch... äh... kotzen langsam. Kühle, Sir! Ah, die kommen doch mal nicht auf die Stoffe im Wasser. Gut dann! Nein, Sir! Gut dann! Panzer nähern sich aus dem Osten. Haben wir was ganz Neues. Selber! So, ich ziehe zwei Panzer noch hier ab. Ich ziehe das Geschütz hier ab. Kommt hierhin. Nein! Wir ziehen noch eine Flak hier mit hin. Kühle, Sir! Bereit machen, Männer! Nein! 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 Ja blo systems die sind! Anistosite! Valmina palvelukseen! Matkalla! Odotetaan käskyjä! Jalkaväki liikkuu! Jalkaväki liikkuu! Valmina sitomaan haavat! Valmina taisteluun! Odotetaan käskyjä! Jalkaväki liikkuu! Tarvitsetko panoksia possoainesta tai korjautta? Jalkaväki on liikkeellä! Käskyjä! Panzer nään sich aus dem Osten! Jalkaväki liikkuu! Jalkaväki liikkuu! Valmina palvelukseen! Einfach hier rein! Jalkaväki liikkuu! Bereitmachen, Männer! Jalkaväki valmina! Jalkaväki liikkuu! Jalkaväki liikkuu! Jalkaväki liikkuu! Das hört nicht auf! Benachrichtigen Sie den Rettungstrupp, damit er geborgen wird! Valmina, Sir! Mitkä koordinaatit? Käskynne! Die Russen nähern sich aus dem Westen. Wie der Marsch. Das wird noch heil zu ziehen. Meiner Frasse. Wir haben einen halb eingesunkenen aufgegebenen Panzer gesichtet. Benachrichtigen Sie den Rettungstrupp, damit er gebaut wird. Get shot and stop! Orte tankes, Kuja! Valmina, Sir! Valmina, Teistelu! Hat hier irgendwo eine Arzt oder Re? Ja, das Problem ist, die wird wohl irgendwo verkrabt. Panzer nähern sich aus dem Osten. Spannende, Käschen! Odotetaan Käschen! Valmina, Taisteluun! Jalkaväki liikkuu! Pidä kiirettä! Pidä kiirettä! Jalkaväki liikkuu! Lökkäyt, Sie! Bereitsmachen, Männer! Onko Käschen, Sir? Wir haben einen halb eingesunkenen aufgegebenen Panzer gesichtet. Benachrichtigen Sie den Rettungstrupp, damit er geborgen wird. Wir haben einen halb eingesunkenen aufgegebenen Panzer gesichtet. Valmina, Palveluxe! Benachrichtigen Sie den Rettungstrupp, damit er geborgen wird! Jalkaväki liikkuu! Bist du das? Bist du das? Ich habe einen halb eingesetzt. Bist du das? Bist du das? Bist du das? Bist du das? Wir haben einen halb eingesunkenen aufgeriebenen Panzer gesichtet. Benachrichtigen Sie den Rettungstrupp, damit er gebrauchen wird. Warum killen Sie meine Panzer denn nicht? Das ist echt so eine Frage, wo ich mir gerade den Influss stelle. Gott, meine ganze Infantriege. Ich bin hier vor die Hunkel gegangen. Aufstehen. Ab hierhin. Also meine Infantrie sterben hier wie die Fliegen. Das ist echt bitter. Das ist richtig übelst bitter. Und die nächste eine. Das darf nicht wahr sein. Oh, das werden noch ganz heiße. Fünf Minuten, ich sehe es schon. Ein bisschen weiter vor, ist in Ordnung. Ja, ich habe wirklich... Minus, Herr. Ab. Jalkaväki, Valmina. Käsküste. Infantrie. Die Infantrie, die Infantrie machen das jetzt. Die Infantrie, die Infantrie, die Infantrie, die Infantrieg kommt. Gut, selbst da habe ich eine gute Verteidigung. Wir haben einen halb eingesunkenen, aufgegebenen Panzer gesichtet. Benachrichtigen Sie den Rettungstrupp, damit er geborgen wird. Hier passiert gar nichts mehr. Feind, direkt vorausgesichtet. Ist krass. Er ist wirklich im Osten, mir die Hölle heiß gemacht. Wir haben einen halb eingesunkenen, aufgegebenen Panzer gesichtet. Benachrichtigen Sie den Rettungstrupp, damit er geborgen wird. Jolka, wir geben alle wieder Waren auf. Jolka! Ja Die Russen nähern sich aus dem Westen. Wir haben einen halb eingesunkenen aufgedebenen Panzer gesichtet. Benachrichtigen Sie den Rettungstrupp, damit er gebrauchen wird. Bereit machen, Männer! Die Rettungstrupp, die Rettungstrupp, die Rettungstrupp, die Rettungstrupp, die Rettungstrupp. Alter, leck mich am Arsch, ist das eine Schlacht, das ist ja abartig. Ey, auf die Verlustrate bin ich echt mal gespannt. Ey, da bin ich echt mal gespannt, was da gefallen ist. Ich glaube, die Infanterie ist mir in die Halbigkeit. Ich glaube, die ganze ganze Infanterie ist mir vor die Unwärmung gegangen. So, ich mach mal auch mal nochmal rein. So, Leute, wir haben es aber geschafft, noch 20 Sekunden, da dürfte es jetzt nicht mehr passieren. Ich habe eine gute Umfrage, Verteidigung. Jetzt machen wir zwei, eins, ja, geschafft! Das ist das Heftigste, was ich mich jetzt bei den Spielen gespielt habe. Und es gab heftige Dinger. Es gab wirklich heftige Schlachten, wo ich schon hatte, wo auch wirklich nervig waren, auch beim Original. Aber, das hier... Wow, ich habe gedacht, ich hätte mehr Orden, aber es ist echt krass. Jetzt gucke ich mir mal ein bisschen an, was ich... 802 Infanterie habe ich gekillt. Ja, das ist ja Wahnsinn. 38 Panzer, 18 Panzerabwehr, 15 Artillerie, 10 Flugzeuge. Boah. Zerstörte Fahrzeuge, 29 Gebäude, klar 0. 191 Infanteries verloren. 10 Panzer, Wahnsinn. 6 Panzerabwehr, 5 Artilleriegeschütze, Flugzeuge, verlorene Fahrzeuge, verlorene Gebäude. Was eine Schlacht. Ey. Wow. Ich gucke mir jetzt mal gleich an, was da die Herausforderung ist. Gegner stärker oder was? Ist ja nicht mehr zu toppen. Wir gucken uns jetzt mal die Tage, wo wir haben. Auf den bin ich jetzt mehr als nur gespannt. Dienstag, 27. Juni 1944. Meine Hand zittert, während ich diese Zeilen notiere. So erschöpft bin ich von der Schlacht. Zwei Tage schlugen wie die erbittertsten russischen Angriffe zurück. Ich kann immer noch nicht glauben, dass ich überlebt habe. In den letzten Wochen trieben die Kommunisten uns vor sich her und erst vor wenigen Tagen nahmen sie Wieburg ein. Da sie entschlossen waren, ihre Panzer ins Landesinnere zu schicken, sammelten wir unsere Kräfte beim Dorf Thali, um sie aufzuhalten. Nach einigen Tagen mit hartnäckigen Angriffen bliesen sie am Sonntagmorgen zum Generalangriff. Sie griffen an der gesamten Front an, fest entschlossen, unsere Linien zu durchbrechen. Da wir zahlenmäßig massiv unterlegen waren, mussten sich unsere Kräfte schnell bewegen, um die Verteidigung zu stützen, wo immer sie bedroht war. Es stand auf Messerschneide. Aber irgendwie haben wir es geschafft. Am Ende stand ein Triumph. Und meine Männer hätten es nicht besser machen können. Wo die russischen Streitkräfte auftauchten, wurden sie prompt ausgeschaltet, während unsere Verluste gering waren. Ein Lob gilt General Lagos, der unsere Streitkräfte jahrelang auf die gepanzerte Kriegsführung vorbereitet hat. Seinen Lehren ist es zu verdanken, dass wir die Panzer so leicht ausgeschaltet haben. Meine Hände können die Feder nicht mehr halten. Ich brauche Ruhe. Auch wenn es gerade still ist in Tali, werden die Russen bald wiederkommen. Doch unser Wille ist ungebrochen. Solange wir sie hier zurückhalten, ist die Zukunft unserer jungen Republik gesichert. Deshalb kämpfen wir seit fünf Jahren in Karelien. Vielleicht dauert es noch weitere fünf, bis die Kommunisten endlich ihre Aggression einstellen. Ich kann dieses Tagebuch mehr als nachvollziehen. Ey, Wahnsinn. Wahnsinn. Und da habe ich drei Sterne geholt. Ja, die wenigsten Orden. Ich sage, es ist manchmal nicht nachzuvollziehen. Also es liegt nicht daran, was man so an Orten macht. Es ist einfach eine Willkür. Aber irgendwie gucken wir uns mal die Herausforderung. Da bin ich jetzt echt mal gespannt. Die Zeit zwischen den feindlichen Wellen wird halbiert. Schnelle Invasion. Ach, das geht noch schneller. Ja. Aber okay. Muss man das machen? Nicht unbedingt. Nee. Ich meine, boah. Auf normal. Zack. Ich weiß nicht, wie das auf einfach ist oder so. Ob das da ein bisschen einfacher ist. Gehe ich mal ein bisschen von aus. Aber, puh, das haut rein. Das haut echt rein. So, Leute. Das war es dann von dieser Schlacht von Finnland. Und dann geht es im nächsten Mal weiter. Und zwar, dann machen wir es bei den Russen. Mannheimer Linie, Sala. Okay, da gibt es nicht diese Schlacht. Hätte ich auch gerne gesehen, wie man das seine Einheiten verheizt. Okay. Aber die Mannheimer Linie, die werden wir auch haben, die Schlacht. Ja. Und die erste auch. Also, zwei finnische Schlachten. Bis auf die zweite, die von den Russen, die ist anders da. Und ansonsten, ja, das war die erste bei den Finnen, wie bei den Russen. Die zweite war die Mannheimer. Das ist hier die. Und die dritte ist dann hier die Mannheimer Linie. Okay, Leute. Wir sehen uns dann im nächsten Part. Dann geht es mit den Russen weiter. Bis dann. Und ciao.